Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht weiter so. Wir bringen einmal die Kartoffeln unter Dach und Fach. Oh, das Feld ist ja hier auch nicht so richtig groß. Ich dachte eben schon, was ist mit der Minimap los? Es ist so neblig, aber das ist nur die Plane. Zack, wunderbar, super. So, ja, die Silage haben wir verkauft. Man sieht es an unserem Bankkonto. Und ich schau mal gerade, wir müssen unbedingt Mischrationen weitermachen. Aber gut, der Milchtank ist schon bei 200.000 Liter, also das würde schon reichen. Wir werden hier auch heute noch ein bisschen spulen, aber erst dann, wenn wir wieder Futter haben. Ah, einmal nicht aufgepasst und dann schiebt es einen hier zur Seite. Dammig. Dammig. Untertitelung des ZDF, 2020 Das warten wir eben nochmal ganz kurz ab, wobei ist auch egal, wir können jetzt auch hier schon mal loslegen So, lange nicht gemacht und ich weiß auch warum, weil es nämlich nicht so geil ist Aber gut, wir wollen ja die Produktion mit 100% hier aufrechterhalten So, das sieht ja sehr interessant aus hier alles, was die Ballen und so angeht Bisschen Kuddelmuddel, wird Zeit, dass wir hier mal wieder aufräumen Zack Neee, ach nö, das passt mir ja jetzt gar nicht in den Kram hier Klasse Das passt mir jetzt aber gar nicht in den Kram, Mensch So, hier, den können wir dann gleich wegfahren Also Hochfelder, Stall, Felder, Getreide, Silo, zack Sobald der Anhänger voll ist, oder weitestgehend voll, dann schicken wir den auf Reise Na, eine Ladung passt glaube ich noch ein, ne? Ah ne Gut, so, dann können wir hier auch nochmal durchswitchen und gucken Ja, der ist auch so gut wie voll So, den können wir hier mal zusammenklappen Ja, manchmal, ähm, ne? Haben die da Probleme Okay, mal So, jetzt müssen wir die Kartoffeln wieder machen. Mensch, ich komme zu gar nichts, ne? Das mit dem Mischfutter wird heute nicht so üppig ausfallen. Aber ein leerer Lkw ist richtig herrlich. Gut, so, dann. Dann benötigt unser Frontlader ein bisschen Hilfe. Wollen wir ihm die mal gewähren? Wir sind ja nicht so... Am einfachsten ist es mit ihm hier. So, wie sollen wir da durchkommen? Verdammter Mist. Müssen wir uns ein bisschen durchquetschen hier? Okay. So, eine kurze Pause. So, Freunde. Ja, leider habe ich gerade einen Anruf bekommen. Da muss ich leider jetzt mal schnell losfahren. Deswegen wird die Folge ein bisschen kürzer. Wir wollen hier aber dem Kollegen trotzdem noch mal ganz kurz auf die Sprünge helfen. und auch, ähm... So, zack, so schnell geht's. Das ist immer ganz praktisch. So, und dann mache ich mal eben eine Ladung mit der Mischration voll, damit ich das beim nächsten Mal nämlich dann nicht vergesse und wir hier, äh, ja... Keine Milch produzieren, weil so wie das Geld gerade wieder abhanden geht, ist das nämlich ganz wichtig, dass wir hier noch ein bisschen mehr Milchgeld bekommen dann. So. Wo, 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 wo? Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, also Leute, tut mir leid, ist jetzt ein bisschen kürzer geworden die Folge, ich hoffe ihr, äh, ja, ich hoffe ihr seid nicht so sauer, die nächsten werden dafür wieder länger, natürlich, und ja, ich hoffe wir sehen uns dann wieder und mit ein bisschen Glück ist in der nächsten Folge, weil ich hab jetzt in der Aufnahme weniger machen können als ich wollte, vielleicht ist in der nächsten Folge dann sogar schon die große Auflösung drin und weil die neue Rechner da ist, wir werden es sehen, danke fürs Zuschauen und bis dann, tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!